hallo und herzlich willkommen zurück zu garris mod dabei sind sie nicht sübschen klatscher sübschen klatscher ich wollt grad sagen sübschen klatscher blablabla naja der klatscher halt ist ja immer noch auf der hoche map chapter 2 hells island chapter 2 die 1 ist das nicht eigentlich in der rome was habe ich gesagt auf der hohe naja ist doch richtig naja es heißt aber eigentlich in der rome ach das ist natürlich gut geht los dass das erinnert mich gleich wieder an jemanden wir möchten den namen nicht sagen nein dritten von von datenschutz klar genau aber du bist für mich männer könnte sein dieser raum das ist irgendwie komisch das ist ja schon wieder hier kommt bestimmt irgendwas komisches das kommt bevor wir hier habe ich habe es mir gerade gedacht wie dieser wohl nur wieder ist genau naja am anfang dachte ich eher mehr so an die kammer des schreckens das ist das ist das ist das ist oder mann immer noch nicht zwischen und die 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 oder auch nö hier ist ein Auto einen Schlüssel habe ich wo die Chines was schon nun geht es um zu haben nun kommen wir zurück Ne, hier will ich noch nicht hoch. Weißt du... Wo ist denn? Da hat gerade einer gehockt. Tauchte plötzlich auf. So ein Psychopath? Ne, einfach so wie du aussiehst, nur halt eben mit der blauen Jacke. Ich glaube, den Charakter hattest du auch schon mal gehabt. Okay. Wieso, diesen blauen Franzmann? Ja. Gut, das kann man ja jetzt sicher hochgehen. Oh ja, komm, geht los. Ja. Kommst du? Ja. Was da war da so lange, Mensch? Ich gucke. Du guckst? Ich gucke. Wo bist denn du? Ich bin hochgegangen, die Treppen. Hä? Treppen? Hier hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ach da. Hier hast du, du brauchst noch Gesundheit. Leg dort auf den Regal. So. Brauchst du noch welche? Nein, ich hab schon. Nö. Schicke Musik. Schädel. Abheben. Was ist jetzt los? Reflex. Das war einfach nur Reflex. Du bist... Mr. Fingert vom Abzug gerutscht. Bist wohl ein bisschen nervös? Nee, nee. Überhaupt, nee. Die, 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 die Schrott hinter dir. Ist ein bisschen fertig. Ach so. Wir sind mit dem Finger abgerutscht. Ja. Ich glaube so. Heid, hier ist was. Ist wieder so'n Fingert. Ist wieder so'n Fingert. ich glaube es ist gut erhebt in der drüben erster um zu lösen um um BN und ich sehe nichts zu büten Hallo in dem Motiv in die Scheiße wieder weg in der Maustaste auch so hier liegt jemand mehr gibt es ja nicht das sieht nicht so aus ist ja unglaublich naja kann ja nicht überall was geben die Kisten kann man nicht mehr k 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 es gab es scheiße sind jetzt von draußen auch mehr du besuchst was wieder auf mir das ist das dann die das hier von dem boot ok ich habe die schrankenklammer geöffnet schon wieder hier wollen wir schon etwas randaliert hier waren wir auch gewesen wie viel anzug hast du 30 komm mal her und dann hier hinter dir du musst schon rein auch so bitte drüber hüpfen hier drüber hüpfen was gelände dann ganz rechts ganz hinten so ich will jetzt aber noch nie raus ganz ehrlich gibt es bestimmt noch irgendwas vergessen ich gehe noch mal hoch ich würde den weg ganz gerne noch mal gehen ich habe gerade ein übstes deja vu wieso es kommt mir so vor es wäre schon mal gewesen aber ich rede jetzt nicht im spiel wo bleibst du denn du bist wie so ein kleines kind wieso hier muss man immer hinterher gehen naja sowieso denkst du was meine eltern immer machen mussten ich bin leider deine eltern nicht ich trauere sogar um die irgendwas ist doch hier mit dem generator oder was ist denn für ein generator die hier so überall rumstehen die kannst du auch jedes mal aktualisieren äh hier dingens machen irgendwas drücken wo bist denn du schon wieder so fassbar erst regst du dich auf wenn ich mich nicht umgucke dann regst du dich auf weil ich nicht aus dem knie komme du bist echt wie eine frau mich kann man halt einfach nicht zufrieden standen ne nicht wirklich n 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 kommen wir wieder zurück hier geht es dann ja da wollte ich doch gerade hoch die ich hinterlasse du mich auch wir haben auch schon alles geguckt naja ich gucke noch mal zwei mann euch was vielleicht finden wir diesmal gleich die ganzen schellos von hier sind wir gerade gekommen ich habe das mit der leichte noch nicht ganz verstanden loading dock 1a gut da gehen wir jetzt hier runter würde ich sagen zum Ausgang mach mal kaputt ok toll ich war nur noch mal an dem dran und habe schon wieder 95 ja ich auch und hier kommt man irgendwie rein oder ja ne hier ich bin die hier dort liegen nämlich Patrin drin wo selbst wenn man hier ah von hier zack hab ich ich würde mich über draußen noch mal vorher umsehen oder was meinst du was ist das abgefahren ja so patrin zu stück so ich habe jetzt 95 96 ich habe 95 70 wo du sein also so und sicher auch auch wo w das ding hat mich getötet die kiste ne kannst du nicht kaputt machen die kiste hat mich getötet ich an der knall in den weg einstürzt morgen das war hier oben keine ahnung sehr bekanntes kinderlied ja die melodie kam mir bekannt vor so jetzt gibt es kein spielzeug mehr gab es dort an dem auto etwas? nein gut nein also hier geht es auch nicht die Tür scheint zu belockt ok das steht da das da seems to belocked ok ich will meine Puppe haben die können wir uns besuchen wir müssen die Tür machen hier gab es auch noch eine Gäste irgendwo die kann man aber nicht bewegen was für ein jammer die kann man auch nicht bewegen gab es hier eigentlich überhaupt noch kisten ach so ja ja hier gab es kisten die könnte man ja alle nicht bewegen es geht also nicht doch ich habe es gesehen kann man die Türe einfach öffnen dort liegt auf jeden Fall ein Schädel mhm ich hab das geht nicht warte mal ich hab ne Idee der Tonat hoch auf die Kiste ach Mensch so jetzt geh mal ein Stück nach rechts komm mal hier ein Stück zu mir gut jetzt drehe dich mal zur Türe mhm jetzt duck dich mal mhm das geht nicht mhm ja selbst wenn es gehen würde hättest du dann sowieso eine Auschkarte gezogen nee das ist bestimmt wieder drüben das auf der anderen Seite der Schalter ist oh aber wir haben hier schon wieder irgendwas übersehen das muss ich mir aber nicht vorstellen dass wir hier schon was übersehen da drüben ist auch noch was das ist das ist die die ist den den du das das hier den g ist na gut, na gut, na gut, ich würde vorschlagen abgelehnt Folgenpause Genau, komm mal her Komm rein, komm rein Hey, komm rein Komm rein Geh rein So, folgenpause Genau hier Was löst das? Entschuldige Gut, ja Liebe Zuschauer, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge In der Hoffnung, dass wir die Türe öffnen können Gut, na dann, vorzusehen Tschau, tschau Tschau